Drei, Zwei, Eins, Noll! Auf geht's! Vier, Drei, Zwei, Eins, Los! Start für Lea und Michael! Super! Hopp, 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 hopp! Und jetzt, schau mal, nimmt sie die Kurve ein bisschen weiter außen. Geht wieder in die Kurve hinein. Nehmt sie schon sehr gut mit! Und dann grundsätzlich noch einmal alles Gute in einen unfallfreies und ein erfolgreiches Rennen. Hopp, 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 hopp! Los geht's! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Unglaublich! Und Maria Riemer Hopp, 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 hopp! Super Sandra! Wir gehen jetzt mit dem Startaufruf. Wir werden von der Startlinie nur die Hälfte, auf der rechten Seite die Hälfte besetzen. Nicht Gas zu geben! Hopp, 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 hopp! Geil am Start bei den großen Positionen! Richtig guter Sound, tolle Klänge kommen auch von unserem DJ. Schon das erste Mädel rein, das ist Anja Pink. Wir applausieren und klatschen so laut wir können! Wir gucken auch noch, was die Liste geht. Wir haben also den Becken stark gemacht. Zupf undat. Stimmen! Stimmen!" Stimmen! Ein Runde noch, Blastweck! Elias Commer verteilt den Vorsprung. Und jetzt weiter! Wir machen den Chocolaten, die in Frauen. Jetzt wird mal die Medizin zu berichten. Der Dritte. Das ist unsere Stimmung! Und unsere Anfeuerung für Laris Stiecker, für den Alexander und Julian, den Mann mit dem Vorrecht, mit David, mit der Munde. Du mehr was zu trinken? Nichts. Christoph Holzer ist da. Genieß es euch, was ist so ein bisschen als Training für Klubaus, Klubberg, jetzt werden wir jetzt schon ins Ziel kommen. Also Christoph Holzer gewinnt das Rennen, aber wer wird hier zweit? Für wenige Wetter von der Lande Getränke kommt ins Wunschpunkt ins Ziel, jawoll! Von 79 Kämpfer gegen Obers 46, auch ein kleiner Achtungserfolg. Achhihi! Vielen Dank.